So und die blaue Ecke kommen ebenfalls aus den USA. Lieblend, Wurz! Aus Boston in den USA, Najee Shahid! Liebe Boxford-Freunde, es ist soweit. Zu uns kommt der Olympiasieger aus Atlanta. Sie wissen, er ist der erste weiße Gold-Metallengewinner im Schwergewicht seit 36 Jahren. Und für ihn gibt es nur eine Einmarsch, eine Walk-in-Musik. Simply the best! Und hier ist er, Wladimir Klitschko! Ich danke für deine Sicht! Lass uns unternehmen, in diesem Jahr zu leben! Herr Kroger! In dema column darin Punkt ist, Sie sind nicht dann, wie viele Kinder die Betriebe kommen. Vierter die Börse sind nicht im Grunde. Die Betriebe von der Minderung. So und währenddüttlichen 1.000 Milliarden. Von dem Tyler. Sie sind die Börse sind nicht besitzt, die Börse zu weit woche. Wladimir Flitzko Kommt aus Boston in die USA Er ist der Herausforderer Natschi Schai Seine Ecke ist ein Trainer Kurt Rida und Michael Capiello Die rote Ecke Profi seit November 1996 150 Kilogramm schwer 2 Meter groß 22 Jahre alt Sein Rekord als Profi 19 Kämpfe Alle gewonnen davon 17 vorzeitig Aus dem Boxstall Universum Boxpromos aus Hamburg Der Titelverteidiger Wladimir Flitzko In seiner Ecke Sein Trainer Fitz Tuneck Und ein herzliches Willkommen An seinen Bruder Vitaly Flitzko Ich darf Ihnen die offiziellen Vorstellen Gründrichter Bob Logis Belgien Aufsicht BWC Supervisor Mauro Betty Italien Punktrichter Walterschall Österreich Kurz Neuer Deutschland Daniel van de Wies Boxen wird Ihnen präsentiert von TV-Spielfilm Ihrer Programmfeitschrift Dr. Dr. Muljig Ja, Lassim, Lassim Was wissen Sie noch nicht? Der Herausforderer, der farbige Amerikaner ist 14 Zentimeter kleiner als Wladimir Klitschko Mit seinen zwei Metern Er bekommt etwa 30.000 Dollar Und mal sehen, was Wladimir Klitschko macht Beide haben im Mai bzw. Juni gekämpft Und beide haben ihre letzten Kämpfe gewonnen Der Rechtsausleger in der schwarzen Hose Der Rechtsausleger in der schwarzen Hose Wladimir Klitschko hat den rechten Ellbogen vor der Leber liegen Er achtet also auf den linken Haken Der eben kam, der zu Leber kommen sollte Und er geht mit seinem rechten Haken etwas sparsamer um als sonst Er lässt sich Zeit Für Zunek hat gesagt Der Wladimir ist unschlagbar Naja, wollen wir mal sehen Ja, da liegt der rechte Ellenbogen Da kommt immer wieder der linke Haken hin Der Amerikaner weiß natürlich Bescheid über die rechte Hand von Ditschko Und da käme vielleicht bei Wladimir ein linker Haken Ein linker Haken Denn rechts oben ist der Weg Da fällt er Da fällt er Und die Zuschauer stehen da Und applaudieren ihn Das wollen wir uns nochmal angucken Da kamen die Rechte aus heiterem Himmel Und da waren die Beine völlig weg Bei Najin Shahid So, wo ist die Zeitlupe? Achtung Das war er Der rechte Haken Eine unheimliche Kraft dahinter Nochmal Ich hatte gerade den linken Haken angesprochen Der sollte kommen Und er schafft es doch noch mit dem rechten Haken Und ein schwerer K.O. für Shahid Sieger durch K.O. in der ersten Runde Nach 2 Minuten und 45 Sekunden Und damit neuer und alter WBC International Champion Aus dem Boxstall Universum Box Promotion Aus Hamburg Wladimir Flinco Also, das war eine Sensation Der Bruder Der stand auch in der Ringecke Der wurde gar nicht gebraucht